Zur Navigation springen zur Suche springen Herbert Weisbach, 13. Oktober 1995 in Berlin, war ein deutscher Schauspieler, Kabarettist, Hörspiel- und Synchronsprecher. Leben der Sohn eines Oberingenieurs nahm zunächst privaten Schauspielunterricht und verbrachte danach seine Volontärzeit am Landestheater Altenburg. 1921 gab er sein Bühnendebüt am Schauspielhaus Leipzig als Chevalier Damatin in Rudolf Prespers Lieselotte von der Pfalz. Es folgten Bühnenengagements in Leipzig, Dresden, Mannheim, Berlin sowie am Milowitschtheater in Köln. Zudem war er als freier Schauspieler jeweils unter der Regie von Rudolf Nölte an verschiedenen Bühnen tätig. Gemeinsam mit Richard Tauber gab der ausgebildete Operettensänger Weisbach außerdem Gastspiele in Den Haag, Amsterdam, London und Paris. Außerdem wirkte er ab 1934 auch bei Kabarettprogrammen mit. Sein Filmdebüt gab Weisbach 1935 in Gese von Bolveris Drama Stradivari. In seiner fast 60 Jahre umfassenden Karriere trat Weisbach in über 170 Film- und Fernsehproduktionen der unterschiedlichsten Genres auf. Dabei verkörperte er zumeist komische und schrullige Charaktere. Er spielte in Reinhold Schünzels Amphitryon Aus den Wolken kommt das Glück, neben Heinrich George in Sensationsprozess Casilla, in Helmut Keutners Drama Romanze in Moll, in Robert A. Stemmles Nachkriegskomödie Berliner Ballade, in Zlatan Dudos Drama Unser täglich Brot, neben Hans Albers in Der tolle Bomberg, in Kurt Hoffmanns Dürrenmatt Verfilmung Die Ehe des Herrn Mississippi, in Harald Reinisch Science-Fiction-Thriller im Stahlnetz des Dr. Mabuse, in der Güntergras-Verfilmung Katz und Maus, in Otto Walkes' Otto, der Film und unter der Regie von Andrzej Walder in Rolf Hochhutz Eine Liebe in Deutschland. 1987 wurde ihm für seine Verdienste um den Film Das Filmband in Gold verliehen. Auch in Fernsehproduktionen war Weisbach ein häufiger Gast. Er wirkte in Filmen der Reihen Stahlnetz und die Unverbesserlichen sowie in Serien wie Derek, Tartort und Die schnelle Gerdi mit. Noch im hohen Alter von über 90 Jahren spielte er regelmäßig Charakterrollen in Fernsehserien wie Der Landarzt, Lindenstraße und Praxis Bülobogen oder in der Weihnachtsserie Ron und Tanja. Darüber hinaus arbeitete Weisbach seit 1937 umfangreich als Synchronsprecher und lieh seine markante Stimme unter anderem Lev Erz, Joe E. Braun, Will Gair, Wilfried Heidewhite, Spike Milligan sowie dem Zwerg Schlafmütze im Disney-Zeichentrick-Klassiker Schneewittchen und Die sieben Zwerge. Er wirkte in zahlreichen Hörspielen mit Herbert Weisbach ruht auf dem städtischen Friedhof Wilmersdorf in Berlin. Auszeichnungen 1987 Filmband in Gold